William Shakespeare sagte einst, die Gnade segnet den, der gibt und den, der nimmt. Aber ich komme aus dem tiefsten Ruhrpott. Hier ist unfassbar asozial, das heißt, ich stehe richtig darauf, wenn Leute auf dem Boden liegen, noch einzutreten. Und deswegen möchte ich heute auf, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, Ethereum eingehen. Den langsamen und qualvollen Tod von Ethereum. Da ist wieder einiges passiert und ich habe lange nicht mehr darüber gesprochen. Und da dachte ich mir, komm, ich bin eh verkatert, rede ich mal wieder über irgendwas Seichtes, irgendetwas Dämliches. Also Ethereum ist hier wieder Gesprächsthema Nummer 1 auf diesem Kanal, es geht weiter. Falls ihr tatsächlich zu den Leuten gehört, die einen gesunden Verstand haben, die also sich nicht in diesem Shitcoin-Sumpf auskennen, dann gibt es hier nochmal eine kurze Erklärung, was eigentlich Ethereum ist. Stellt euch einfach vor, wir nehmen Bitcoin, nur dass Satoshi eben nicht anonym ist und verschwunden ist, sondern dass Satoshi einfach eine öffentliche Person ist. Und Satoshi hat auch irgendwie nicht Bitcoin-fair gestartet, sondern hat sich am Anfang einfach direkt 14 Millionen der 21 Millionen Bitcoin in die Taschen gesteckt und an private Investoren verkauft und in diesem Fall hat Satoshi dann auch die Grenze von 21 Millionen Bitcoin aufgehoben. Also irgendwie eine unlimitierte Geldmenge erschaffen und hat auch nicht Proof of Work genutzt, irgendwas mit Energie und Zeit und einem realen Anker zur realen Welt, sondern einfach so quasi Zinszahlungen auf Leute, die bereits Bitcoin halten und das soll dann irgendwie das Netzwerk sichern. Das ist im Endeffekt Ethereum in a nutshell, also besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Das ist so ein klassisches Crypto-Pump-and-Dump, nur halt sehr langfristig betrachtet. Die Gründer haben sich fett die Coins eingesteckt und dann ist halt wie bei allen anderen Kryptowährungen auch, so bei Cardano, Solano, bla bla bla, einfach alle irgendwelche Gründer erschaffen komische Wertpapiere aus dem Nichts, unregistrierte Wertpapiere und verticken die dann mit gutem Marketing an irgendwelche Neulinge im Bitcoin-Space und bereichern sich daran, hat auch ganz gut funktioniert und natürlich, wenn man schon diese Coins aus dem Nichts erschafft, diese IFA aus dem Nichts erschafft und sie sich einfach in die eigenen Taschen steckt, dann muss man die auch verkaufen. Das macht die dezentrale Ethereum-Foundation, also das dezentrale Unternehmen Ethereum regelmäßig, genauso auch der dezentrale Geschäftsführer Vitalik Buterin von Ethereum, der hat damals auch schon 2016 25% seiner IFA verkauft, schätzt man zumindest. Auf jeden Fall, bei Ethereum gab es immer irgendwelche coolen Marketing-Gags, also man hat sich irgendwas Neues überlegt, wie könnten wir jetzt den Preis nach oben pumpen und dann dumpen. Da gab es dann zum Beispiel über Jahre hinweg den Merch, den Ethereum-Merch, das war ein ganz großes Ding, der Wechsel von Proof-of-Work, was Sinnvollem, zu Proof-of-Stake, was Ethereum-mäßigen. Da waren viele Investoren richtig bullish, das war das Thema Nummer 1 im Crypto-Space, ja. Wenn der Ethereum-Merch passiert, dann geht es richtig ab, dann wird Ethereum so durch die Decke schießen. Hat aber nicht so gut geklappt, denn wenn wir uns einfach mal den Chart angucken im Vergleich zu Bitcoin, dann können wir sehen, dass seit dem Merch, da war Ethereum ungefähr, es war Mitte September 2022, als der Merch passiert ist und da stand Ethereum bei ungefähr 0,085 Bitcoin pro IFA und heute sind wir bei 0,042 Bitcoin pro IFA. Das heißt, das Ding hat sich jetzt fast halbiert in der ganzen Zeit, seit den zwei Jahren, seit diesem sagenhaften Merch. Läuft also nicht so gut und dann gab es die ETFs-Launch, ja, Ethereum-ETF und doch noch. Ich dachte, das wird nicht gelauncht, also auch Michael Saylor dachte das und viele andere, weil es einfach bescheuert ist. Ich meine, Ethereum ist halt ein Scam, aber irgendwie ist so ein ETF doch durchgewunken worden. Das heißt, die Wall Street kann jetzt wirklich, ja, Ethereum-ETFs anbieten und in Ethereum auch großflächig investieren. Nur tun sie es halt nicht, wenn das ein Scam ist. Deswegen können wir sehen, hier ist ein Vergleich von dem ersten Monat des Bitcoin-Spot-ETFs oder der Bitcoin-Spot-ETFs und im Vergleich dazu dann die Performance des ersten Monats der Ethereum-Spot-ETFs. Und wie wir sehen können, ja, Bitcoin hat damals im ersten Monat ein Plus von 2,8 Milliarden Dollar verzeichnen können, die Bitcoin-Spot-ETFs und Ethereum konnte halt eben ein sattes Minus von fast 500 Millionen US-Dollar erreichen. Also, ja, diese Zahlen hier, die schockieren mich wahrscheinlich genauso wie euch. Wer hätte das bloß sehen können, dass sowas passieren kann? Und jetzt gab es noch eine weitere coole Erkenntnis, und zwar hat irgendwer gesehen, hey, die Ethereum Foundation, also das dezentrale Unternehmen hinter Ethereum, das auch die dezentralen Entwickler bezahlt, das dezentrale Marketing-Team bezahlt, den dezentralen Geschäftsführer bezahlt und so weiter und so fort, die auch die dezentrale Roadmap für Ethereum bereitstellen. Dieses dezentrale Unternehmen, die dezentrale Ethereum Foundation, die hat vor kurzem 35.000 ETH an Creighton gesendet, um die zu verkaufen. Das hat dann irgendwer hier auf Twitter gepostet gehabt. Und da meinte irgendwer, hey, passt mal, ein Ethereum-Typ, also .ETH, das ist ja quasi so ein Zeichen, dass man zeigt, hey, ich bin nicht, mein Gehirn ist nicht ganz funktionsfähig, Achtung, Achtung, blockiert mich lieber. Und diese Person hier, die eigentlich ein ETH-Fan ist, die schreibt dir, wow, bitte nimm Stellung, dezentrale Ethereum Foundation oder flieht aus Ethereum jetzt ernst, das ist richtig kacke hier, was ist das, also 100 Millionen ist ja irgendwie, warum verkaufen die so viel? Und dann schreibt ihr die ayamiaguchi.iv, das ist ein dezentrales Mitglied der dezentralen Ethereum Foundation, die auch im WEF sitzt und da dezentrale Werbung für das dezentrale Unternehmen Ethereum und deren dezentralen Wertpapier IFA machen. Und die hat dann geschrieben, nee, keine Sorge, kein Problem, diese 100 Millionen Dollar, die wir da verkauft haben an IFA, das ist einfach nur für unser Budget von der Ethereum Foundation. Wir verprassen halt mal so im Jahr 100 Millionen Dollar. Es kommt auch noch weitere .IV-Amöben an und sagen dann, wow, das ist ja ein großes Problem hier, wenn man so viel Geld verprasst und tatsächlich hat das einen ziemlichen Aufschrei mit sich gezogen. Wer hätte es gedacht, dass ein dezentrales Softwareunternehmen, das 100 Millionen Dollar im Jahr braucht, um seine dezentralen Entwickler zu bezahlen und das dezentrale Marketing-Team und was weiß ich was, das ist halt wirklich unfassbar. Also das ist wirklich krass. Wenn man sich einfach im Vergleich dazu mal anguckt, wie groß, wie viel Geld haben die Bitcoin-Entwickler, also diese Open-Source-Entwickler bei Bitcoin, die eben nicht von Satoshi bezahlt werden, oder der dezentralen Bitcoin Foundation, die gibt es leider nicht, weil Bitcoin halt tatsächlich dezentral ist. Wenn man sich deren Budget anguckt, dass die halt wirklich selbst irgendwie aufbringen müssen, dass man wirklich auf Spenden aus der Community angewiesen ist. Und die Ethereum Foundation, die kann ja einfach ihr aus dem Nichts erschaffenes Fantasiegeld verkaufen und dann halt eben 100 Millionen Dollar locker machen mal eben. Wie inkompetent kann man auch nur irgendwie sein, dass man 100 Millionen Dollar für so eine Kacke verschwendet, zumal auch nichts bei Ethereum irgendwie rumkommt. Das ist halt, es gibt noch keinen Nutzen dafür, abseits von Stablecoins. Und auch die kann man auf allen anderen Kryptowährungen quasi kopieren und auch auf Bitcoin kopieren. Also das ist nicht so, das ist der riesige Punkt. Der dezentrale Geschäftsführer und quasi der dezentrale Marketing-Typ hinter Ethereum, das ist Vitalik Buterin. Und der hat auch schon damals noch vor Ethereum ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie man so einen richtig krassen Scam aufzieht. Da gibt es ein gutes Video von Bitcoin University zu Vitaliks Quantencomputer Scam. Den könnt ihr euch gerne angucken. Das Video ist auf Englisch, also wenn ihr irgendwie Interesse daran habt, dann könnt ihr das Video auch auf Deutsch übersetzen. Aber war sehr interessant. Also da berichtet auch unter anderem Adam Beck, sollte man glaube ich kennen. Der sagt hier, dass er damals dabei war, wie Vitalik Buterin so einen Quantencomputer Scam quasi gepitcht hat, noch vor Ethereum-Zeiten und dann eben Bitcoin einsammeln wollte. Komisch, dass diese ganzen Krypto-Scamer immer irgendwie Bitcoin haben wollen, oder dann ihre Krypto-Coins gegen Bitcoin tauschen. Man könnte fast sagen, dass den Leuten einfach bewusst irgendwelche Shit-Coins andrehen, um dann halt so leicht wie möglich ans knappste Gut der Menschheit zu kommen. Aber gut, ja, es fragt auch noch jemand, der Dark Crypto Lab, der fragt dann hier, was ist eigentlich mit Mr. Vitaliks Gehalt, wie viel zahlt der sich denn so aus? Und der Vitalik antwortet dann, dass er sich im Jahr 182.000 Singapur-Dollar auszahlt als Gehalt, umgerechnet das über 120.000 Euro. Ist ein gutes Gehalt, würde ich sagen, als dezentraler Geschäftsführer eines dezentralen Krypto-Pump-and-Dumps. Aber es gibt, also die Frage ist natürlich jetzt, das ist erstmal nur sein Gehalt, aber er verkauft halt auch noch regelmäßig einfach seine Coins so und macht dann ein paar Millionen mit anscheinend, dass, ich weiß nicht, ob das auch noch zu seinem Gehalt zählt oder nicht, müsste man jetzt nochmal mit dem dezentralen Geschäftsführer Rücksprache halten, wie er genau jetzt sein Gehalt berechnet. Aber, ja, er verkauft auch regelmäßig seine Coins, seine aus dem Nichts erschaffenen Coins auch heute noch, nicht nur früher. Und unter anderem Flex Vitalik auch zum Beispiel 2017 in so einem Interview hier, habe ich auch schon mal gezeigt auf meinem Kanal, wie er sagt, hey, ich bin so richtig in dieser dezentralen Ethereum-Foundation, bin ich so ein wichtiger Typ. Ich habe denen damals gesagt, dass die im Top 70.000 IFA verkaufen sollen und dann auf einmal haben sie da ein bisschen viel Geld mitgemacht. Wir können hier sehen, das war genau in diesem Zeitpunkt, wo dieses Allzeithoch von Ethereum war 2017, da hat die Ethereum-Foundation 70.000 IFA verkauft zu diesem Hochpunkt. Und wir können sehen, seitdem hat IFA nie wieder diese Allzeithochs erreicht. Es fällt einfach nur noch gegen Null seitdem. Genauso wie alle anderen Kryptowährungen im Vergleich zu Bitcoin auch. Wenn wir natürlich jetzt den Chart in Euro betrachten, dann sehen wir, dass Ethereum immer weiter ansteigt. Auch hier konnten wir, selbst in Euro konnte man jetzt letztens gar keinen Allzeithoch mehr erreichen, aber das 2017 Allzeithoch konnte man auf jeden Fall schon übertreffen. Aber man muss halt eben immer alles in Bitcoin messen, weil das halt eben die absolute Knappheit ist. Und wenn wir das tun, sehen wir halt, dass Ethereum wirklich einfach nur noch abnippelt, weil es halt ein Scam ist. Wer hätte es gedacht? 0,04186 Bitcoin ist gerade ein IFA-Wert, das ist schon ein bisschen traurig. Und gleichzeitig dazu müssen wir auch mal überlegen, selbst wenn wir überlegen, dass Ethereum gerade schon so hart abkackt preistechnisch, trotzdem müssen wir uns einfach mal angucken, wie hart überwärtet dieser Scam eigentlich noch ist. Das ist ja so mit die größte Betrugsmasche der Menschheitsgeschichte. Also Ethereum ist ja kein dezentrales Geld wie Bitcoin, sondern es ist ja einfach ein Software. IFA ist ein unregistriertes Wertpapier vom Softwareunternehmen Ethereum. Und die experimentieren einfach mit einer ineffizienten Datenbank aus einer Blockchain. Und dieses dezentrale Unternehmen, also Ethereum hat einfach bisher noch nichts auf die Kette bekommen, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das ist es jetzt irgendwie, das ist ein geiles Produkt, das die Menschen nutzen. Wie gesagt, Stablecoins gibt es, aber die gibt es auch auf anderen Kryptowährungen in Besser. Das heißt, wie berechnet man eigentlich jetzt den Wert von Ethereum, wenn es ja eigentlich ein Unternehmen ist. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, gucken wir uns einfach mal an, wie hoch die Transaktionsgebühren sind bei Ethereum, weil die sind ja ziemlich hoch. Und da können wir einfach mal sehen, dass bei diesem dezentralen Softwareprojekt Ethereum, da gibt es eine Metrik, die nennt sich Revenue, also Umsatz. Und dieser Umsatz, der kackt halt unfassbar ab. Wenn wir gucken, im Februar, März 2024 lag der dezentrale Umsatz vom dezentralen Unternehmen Ethereum bei ungefähr über 35 Millionen Dollar am einen Tag. Mittlerweile sind wir über 90 Prozent darunter bei 200.000 Dollar am Tag. Das ist natürlich auch noch eine nette Summe. Klar, das klingt jetzt nach einigermaßen viel Geld, aber wir müssen das einfach mal in Kombination betrachten mit der Marktkapitalisierung von IFA. Das ist ja quasi auch ein Unternehmen irgendwie. Klar, die Marktkapitalisierung, wie ich in diesem Video auch erkläre, die ist eher so ein, die ist nicht, das ist kein guter Maßstab. Das ist eigentlich nur so ein bisschen, so mit Marktkapitalisierung rumrechnen, ist eigentlich ziemlich sehr, sehr lächerlich und nicht aussagekräftig. Aber trotzdem können wir da ein bisschen, es ist ja ein Unternehmen in dieser Form, es ist ja kein Bitcoin, was irgendwie Geld ist, quasi alles andere entmonetarisieren soll. Sondern das ist einfach nur ein Softwareunternehmen. Und wenn wir uns hier die Marktkapitalisierung angucken, dann können wir sehen, dass die momentan bei 272 Milliarden Dollar liegt von Ethereum. Klar, das bestimmt auch sehr, sehr viel aufgeblasen, aber trotzdem ist Ethereum derzeit mit 272 Milliarden Dollar bewertet und machen einen Umsatz von 200.000 Dollar am Tag. Sieht nicht so gut aus, würde ich sagen. Und 272 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Um das mal so ein bisschen in Verhältnisse zu setzen, wie groß das eigentlich ist. Am nächsten kommt hier wohl Nestle ran, also Nestlé. Den kennt ihr wahrscheinlich, diesen Konzern, diesen Lebensmittelkonzern. Der ist mit 266 Milliarden Dollar bewertet. Der ist noch kleiner als Ethereum. AstraZeneca kennt man bestimmt auch. Roche oder auch Netflix. Bank of America. Coca-Cola ist auch ein bisschen größer als Ethereum. Aber das sind ja wirklich diese Unternehmen, die schaffen ja Produkte. Diese Unternehmen erstellen Sachen und da bieten Dienstleistungen an, die Menschen nutzen. Und auch irgendwie zumindest zu einem gewissen Grad brauchen oder haben wollen, während Ethereum halt einfach nur ein Krypto-Scan ist, der gutes Marketing hat. Schon eine harte Sache. Die Stimmung bei Ethereum scheint ein bisschen zu kippen. Also es gibt immer mehr negative Berichte. Immer mehr Leute sagen, da gibt es jetzt gerade eine Death-Spiral. Auch viele IFA-Fans, die sagen das selbst. Und natürlich auch die ganzen Bitcoin-Marks, die sind wie immer schon. Wie seit Jahren schon sagen, dass Ethereum ein Scam ist und auf Null fällt. Und jetzt passiert halt auch weiterhin langsam. Was ist eigentlich eine faire Bewertung von Ethereum, wenn die nur 200.000 Dollar am Tag machen? Wenn man es hochrechnet, kommt man da auf 73 Millionen Dollar, die Ethereum in einem Jahr machen würde mit diesem Umsatz. Und das ist ja auch ziemlich lächerlich für so ein fettes Unternehmen. Da ist die Frage, wie viel es gerechtfertigt. Fred Kruger wirft hier 3 Milliarden Dollar in den Raum. Ich würde sagen, eher so 0 bis 0 Dollar ist vielleicht das langfristige Ziel. Und wir sehen auch, dass generell dieses komplette Ökosystem von IFA, das ganze Konstrukt fliegt sowieso komplett aus. Dann ist es eh alles Spaghetti-Code. Dieser Merch wird ja ultra gehypt, weil die Ethereum dann deflationär wird und so. Dann soll die Firma noch knapper werden als Bitcoin. Ultrasound Money hieß es. Aber man ist ja kein Geld, sondern es ist ja nur ein Meme oder es ist alles Bullshit. Diese ganzen Argumentationen machen alle keinen Sinn. Und wir können sogar sehen, dass selbst dieses, also momentan ist die Firma dabei, dass wenn du Transaktionen tätigst, dann werden Teile der IFA verbrannt. Das heißt, diese Coins werden dementsprechend immer deflationärer. So soll es zumindest sein, weil IFA aus dem Bestand genommen werden. Dann soll IFA immer knapper werden und immer weiter im Preis steigen. Das klingt halt wie so ein 5-Jähriger, der jetzt irgendwie versucht, so einen Ultrascam zu entwickeln. Es scheinen auch viele Leute abzuholen, weil es macht halt einfach keinen Sinn, wenn man es halt mal logisch ganzheitlich betrachtet und auch in Bitcoin betrachtet und das mit Bitcoin vergleicht. Denn nur weil du, ich kann ja irgendeinen Furz aus, irgendeinen Kack-Coin aus dem Nichts erschaffen und den noch deflationärer machen als Ethereum. Das heißt ja nicht, dass dieses Geld dann irgendwie noch mehr wert wird von mir. Das bleibt ja einfach nur ein Kack-Coin, den ich erschafft habe. Und das Gleiche gilt für Ethereum. Das ist egal, wie deflationär oder inflationär das wird. Das ist einfach nur irgendein Müll, der auf Null fällt. Und ja, was wir sehen können ist, dass trotz diesem tollen Burning-Mechanismus steigt die Menge an IFA momentan sogar wieder an. Das Ding ist nicht mehr deflationär, sondern es kommen IFA hinzu. Dementsprechend gibt es auch da wieder die ersten Aufschreie, dass der IFA-Supply schon seit einigen Monaten sogar jetzt einfach positiv ist und nicht mehr negativ ist. Der IFA-Bestand wächst also und verringert sich nicht, wie das alle erst angenommen hatten, die dezentralen Ethereum entwickelt hatten. Und dementsprechend passt es vielleicht ganz gut, dass die dezentralen Ethereum-Entwickler auch regelmäßig in ihrer dezentralen Roadmap rumbasteln und sagen, ah, wir müssen jetzt nochmal dezentralen, die dezentrale Ethereum-Infrastruktur eingreifen und da ein bisschen die Geldpolitik mal wieder ändern. So im 100. Mal oder so ungefähr, haben wir den Daumen gepeilt. Und man möchte sich halt eben, es ist sehr ironisch, man möchte sich an der japanischen Zentralbank orientieren, bei der IFA-Geldpolitik. Ethereum ist einfach eine Zentralbank, da gibt es wirklich Leute, die entscheiden, wie die Geldpolitik funktionieren soll und wann man wie eingreifen soll. Das gibt es bei Bitcoin nicht. Alles geteilt durch 21 Millionen Bitcoin für immer. Das ist so. Ja, also sieht gerade nicht so gut aus für Ethereum. Und da kommen wir eben in dieses Problem rein. Die Fees sind halt schon unfassbar hoch eigentlich. Also es ist ja dieses Meme bei Ethereum, dass die Fees viel zu hoch sind, dass die Leute sich gar keine Transaktionen leisten können. Und trotzdem machen die nur so wenig Umsatz im Jahr, dieses Dezentrale, die viel im Unternehmen. Aber sie können die Kosten ja auch nicht senken. Wenn sie die Transaktionskosten senken würden, würden sie ihren Umsatz senken. Und es gibt halt einfach parallel dazu, also sie müssen sie also weiterhin hochhalten, die Transaktionsgebühren. Aber es gibt halt einfach andere Scams, wie zum Beispiel Solana. Das ist einfach noch zentralisierter und dadurch ist es eben noch schneller und noch günstiger. Weil es halt überhaupt nicht dezentral ist, wie sie es auf der Website hier bewerben. Decentralize ist einfach falsch. Die lügen hier auf der Website. Das müsste eigentlich, ich verstehe auch nicht, wie diese ganzen Leute damit davonkommen können so einfach. Aber ist halt so. Es sind halt so viele Scams, da kommt keine Behörde hinterher. Am Ende des Tages seid ihr auch alle selbst schuld, wenn ihr so eine Kacke kauft. Aber ja, die sind hier unfassbar dezentral mit ihren dezentralen Entwicklern und so. Das gleiche wie Ethereum auch macht, nur halt eben, dass die hier noch zentralisierter sind und dadurch einfach noch günstige Transaktionen anbieten können. Und da ist dann halt die Frage, warum sollte irgendwer jetzt gerade neu hinzukommen in diesem Crypto-Scam-Space? Warum sollte der Ethereum kaufen, wenn er noch Solana kaufen kann, was einfach objektiv besser ist? Versteht mich nicht falsch, auch Solana ist ein Scam. Dünsch ist es ja auch nicht besser als normaler Stuhlgang. Einfach nur, weil es schneller passiert. Es ist trotzdem schlecht. Es ist trotzdem ungesund. Und ich wünsche keinem von euch das. Und ja, leider, leider, leider trifft es genauso ein, wie die Bitcoin, die toxischen Bitcoin-Maxis das gesagt hatten. EVE 2.0 hat sich entpuppt als EVE 2.0. Und schade Schokolade. Ich persönlich muss aber sagen, auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, dass Ethereum ein Scam ist, es ist ein Scam, aber trotzdem wäre ich dafür, dass Ethereum nicht jetzt einfach abkackt, sondern dass Ethereum am besten noch irgendwie stark steigt. Denn da habe ich jetzt so eine Theorie gehört und die fand ich eigentlich ziemlich gut. Das meine ich jetzt unironisch. Und zwar die Finanzindustrie. Gerade seit der Abschaffung des Goldschnaufs 1971. Die machen seitdem, seit Geld aus dem Nichts erschafft werden kann, profitieren die am meisten vom Cantillon-Effekt, von der Geldmengenausweitung. Dementsprechend macht die Finanzindustrie mittlerweile im Verhältnis immer mehr Gewinn im Vergleich zur realen Industrie, die wirklich Produkte produziert, die Leute nutzen. Und diese Finanzprodukte helfen ja im Endeffekt den Menschen einfach nicht wirklich. Das sind einfach nur irgendwelche Umschichtungen und da versucht man so ein bisschen der Geldmengenausweitung zu entkommen, aber es ist halt keine Lösung. Es ist einfach nur irgendwie Geld hin und her schieben und von der Geldmengenausweitung profitieren. Eigentlich was ziemlich Unnötiges. Und da sind eben die in der Finanzindustrie, die haben halt eben das Geld deswegen, wegen dem Cantillon-Effekt, wegen der Geldmengenausweitung. Das heißt, sie können die schlauesten, die bestqualifiziertesten Menschen der Welt einstellen und die machen dann nichts Sinnvolles für die Menschheit. Die machen dann einfach nur irgendwelche Finanzprodukte und verkaufen die und entscheiden dann, zu welch Prozent die jetzt irgendeine andere Aktie in ihren ETF packen oder keine Ahnung was. Das ist alles überhaupt nicht fördern für die Gesellschaft am Ende des Tages. Und das ist leider das, was die Elite im Endeffekt so macht. Wenn man so nennen möchte. Und jetzt, wo es diese Ethereum-Spot-ETFs gibt und diese, man sagt ja, die arroganten Banker, die arroganten Wallstreet-Typen und da ist auch ganz klar was dran, würde ich jetzt mal so sagen. Wahrscheinlich nicht. Das trifft nicht auf alle zu, aber schon auf einige. Und jetzt, wo die Wallstreet eben Ethereum kaufen kann, finde ich persönlich, sollte Ethereum auch so groß werden und zwar noch richtig groß werden, dass diese ganzen Wallstreet-Typen möglichst da reinrennen. Das sieht leider gerade, wie gesagt, nicht so aus. Sieht eher so aus, als würde Wallstreet nicht so Bock auf Ethereum haben, weil sie so ein bisschen kapiert haben, was das für ein Kack ist. Ich hoffe aber, dass das vielleicht noch irgendwie ändert, dass das Sentiment sich irgendwie, die Stimmung ändert, dass die Leute dann doch Bock auf Ethereum haben, denken, ah, das Flippeling wird doch passieren und dann steigen diese ganzen arroganten Wallstreet-Banker richtig groß in Ethereum ein, pumpen das Ding, machen es noch größer als jetzt schon. Dann ist es nicht mehr so groß wie Nestlé, sondern dann haben wir hier irgendwann Apple und Microsoft erreicht, das wäre das beste. Nvidia sieht dann aus wie ein Furz dagegen und dann ist Ethereum richtig aufgeblasen und dann kann das ganze Ding meinetwegen platzen. Das wäre richtig cool, weil dann haben wir einmal mehr finanziellen Schaden für die Kantillionäre, die Wallstreet, die arroganten Typen, die irgendwie gedacht haben, sie wären jetzt die Krypto-Experten und sich auf irgendein Web3-Blockchain-Projekt gesetzt haben mit dezentralen Gründern und dezentralen, das haben wir schon tausendmal gesagt, uns, wenn Ethereum dann irgendwann platzt mit diesem ganz vielen Kapital drin, da ist ja wohl, also was macht man dann damit? Wenn man schon in diesem Krypto-Bereich unterwegs ist, ist es ja relativ naheliegend, dass man dann in Bitcoin flieht und deswegen wäre ich dafür, dass einfach wir Ethereum noch richtig krass aufblasen, nicht wir jetzt persönlich, ich fordere keine auf, Ethereum zu kaufen, das ist wirklich Selbstmord, sondern irgendwelche Leute, die wir nicht mögen, dass die Ethereum kaufen, dass die den Preis nach oben treiben und dann irgendwie so eine FOMO auslösen und dann platzt Ethereum und das Geld fließt dann eben komplett oder fast komplett in Bitcoin rein. Dadurch steigt Bitcoin und wir profitieren davon und diese ganze Krypto-Sache ist dann hoffentlich auch gegessen. Das wäre wahrscheinlich das beste Ergebnis, das beste Ende für Krypto, aber momentan sieht es eher so aus, dass würde Ethereum langsam und qualvoll sterben. Finde ich beides cool, aber schreibt mir am besten einfach in die Kommentare, was ihr präferiert, einen langsamen, qualvollen Tod für Ethereum oder eine ultra krasse Explosion. Ich hoffe, ich könnte euch irgendwie weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die mal gerne in die Kommentare oder gucke ich mir vor meinem Kanal um, da habe ich bereits um die zwei Videos hochgeladen zu den verschiedensten Fragen und Themen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, den Video da oben zu geben und das Video mit euren Freunden zu teilen. Das würde mir und meiner Arbeit sehr stark helfen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.